Und hier finden wir unsere nächste Waffe, ein Maschinengewehr und wir aktivieren jetzt mal den Lotschalter. Halt die Scheiße und dann pisse dich. Und die anderen Opfer auch. Heilige Scheiße, Leute. Boah. Kaputte Medistation. Sie haben mir Schönheit versprochen. Steinbeck! Ich sollte wunderschön werden! Füße mich ab! Füße mich ab! Füße mich ab! Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Oh, fuck it! Die hacken wir mal, da hinten. Denk gerade in dem einen nackigen Kursschluss. Bei den ganzen Maschinen darf ich jetzt dem Schleck schon bauen wissen. So. Wir könnten ihn jetzt mal hacken. Das ist ja anfangs noch sehr einfach. Hoffe ich mal jetzt. Ach du Scheiße, ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt einfach mal irgendwann eine Fresse ein bisschen zu weit aufgerissen. Hehe. Ich kriege jetzt schon wieder das Kotzen. Hacken! Wir müssen da hoch. Also werden wir jetzt erstmal hoch gehen. Und ich muss bloß nicht nervös werden. Äh. Jetzt müssen wir... Ne, ne. Das passt hier nicht. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Holy shit. So, jetzt müssen wir noch so einen einsetzen und... So einen und fertig. Oh, geschafft. Jetzt kriegen wir ein bisschen Unterstützung. An dem Automaten. Schnell weg hier. Wie wir selber Schaden abkriegen. Liebling. Wir brauchen mehr davon für die Show. Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder, der gibt... Was ist das da? Nein. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Oh, nicht die. Oh nein. Nicht die. Oh, das wird jetzt unlustig hier. Bam. So, kleiner Trick. Entweder wir heilen uns jetzt für 60 zu 0 oder wir kloppen hier gegen. Bam. Machen die kaputt. Dann kriegen wir so... Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. So. Jetzt müssen wir das nächste Platz mit finden. Wir haben ja ein Elektro-Boat. Und ein sehr, sehr schönes suchen wir. Wir kommen noch nicht lang. Hier, der ist auf unserer Seite, der Bot. Der ist cool. Oh, jetzt BAMS. Hallige Scheiße. Oh, jetzt die Medizin. Boah, Leute. Dreh dich um. Dreh dich um. Hi. Heilige Scheiße. Die Mann, die halt. Wow. Boah, Leute. Das ist hier so zu geraucht. Bisschen Geld, wie ein Audiotagebuch. Nein. Oh, oh, oh. Die Teile sind scheiße. Die müssen wir vernichten. Weil sonst kommt ein Sicherheitsbot. So einer, wie der hier fliegt, weil der greift uns dann an. Eine Minute lang. Und den können wir nicht zerstören. Also schon, aber dann kommt der neue. Deswegen hauen wir dieses Teile jetzt mal weg. Bam. So, na, wie die Chissie ist drin. So, hier ist Öl. Dann ist gut noch ein Feuer, das wird abfackeln. Das könnten wir dann dafür nehmen. Schaut, dann haben wir noch irgendetwas. Yo, hier müssen wir durch. Ein Parasit treibt sich herum. Abfacke ich. Neues Plasmid abfackeln. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja. Doch die Zweifel schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Schrecke bringen. Schaut, was drauf, Leute. Ganz gut. Oh, wow. Oh, wow, fuck. Das brennt hier drin auch noch. War eine intelligente Idee. Fuck. So, wir müssen hier mal durch. Wie verschmort du jetzt bist, Bitch. Nein, fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Nach meine Fresse. Warum brennt jetzt hier alles? Wir liegen alles in Flammen. So. Ah. Feuer lass nach. Ich möchte weitermachen. Endlich. Alter. Alter. Tja. Was ist das jetzt? Hatte ich ja nicht am Anfang. Ich hätte das nicht anzünden dürfen. Fehler. Jetzt verschwinde ich hier schön viel Zeit. Lalalalalalalala. Wenn ich scheiße drauf, dann kriege ich jetzt hier einen Feuerschaden. Ne. So, das finde ich jetzt schade. Das können wir leider nicht aufheben. Naja. Übrigens, ich kann das nochmal ankündigen. Dieses Spiel spüre ich eigentlich nur speziell. Ich mag so ein Shooter nicht so. Habe ich auch schon mal ein Counter-Strike gesagt. Shooter sind nicht so mein Ding normalerweise. So. Jetzt. Ich brauche jetzt aber dieses eine verdammte Plasmid. So, da kann man auch noch nicht hin. Das ist zu befreund. Boah, ich dachte schon, du lebst doch. Puschi. Hier ist nichts mehr. Die Spritze können wir nicht mitnehmen. Boah. Das. Den Hacken war kurz. Die Anfangsdinger. Lalalalal. Äh, äh, äh. So. Das ist derselbe Kack. Das ist ein einfacher Kack-Automat. Jetzt bauen wir eine der Dinge hier lang. Kommt jetzt. Zack. 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 Und wo ist der? Wo ist der letzte? Komm, komm, komm. Da. Und fertig. Auf unserer Seite die Kacke. Sind die schlimmsten Zerstörer. Hm. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Alles klar. Kommt wir hier schon durch? Nö. Übrigens, das wird ein Problem werden für mich. Mein Orientierungssinn ist so ein einmal, Leute. Ja, verpiss dich mal, Sprecherin. Toll. Zwischen den beiden liegt der Verbandskasten. Nice. Ja. Mein Orientierungssinn wird uns in diesem Spiel noch töten. Mann, die sieht so teuer aus. Denn, boah. Mich hier manchmal zuhören, wird verdammt schwer für mich. Heute Tagebuch. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst teilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet...